Schreibend lasse ich etwas entstehen, etwas, das ich gefühlt habe, das ich gern gefühlt hätte oder in der Zukunft einmal fühlen möchte. Ich halte eine Emotion fest, um sie für einen Augenblick zu betrachten, um eine Antwort zu formulieren. Ich halte etwas fest, um mich doch davon loszumachen. Reaktionen meines Körpers entstehen auf ähnliche Weise, wenn ich zittere oder weine, wenn mein Herz vor Freude schneller schlägt. Ich reihe Wörter aneinander, von denen ich hoffe, dass aus ihnen ein gleichmäßiger Puls entsteht. Viele der Gedichte und Miniaturen sehe ich selbst als Selbstporträts, die jedoch nicht mit einer Kamera aufgenommen wurden. Sie sind vielmehr ein literarischer Gegenwert dessen. Sie bleiben dabei, wie auch das fotografische Bild, eine Art Momentaufnahme. Grundlage für das Projekt war das Nachdenken über die ambivalente Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft. Körper in Bewegung, Körper in Ekstase, Körper als Tempel oder als Gebrauchsgegenstand, als Chiffrin. Mir ist es beim Schreiben wichtig, eine offene Wahrnehmung gegenüber meiner Umwelt zu haben und mich hier nicht zu entziehen, meinen Blick dann nach innen zu wenden. Für mich ist Schreiben ein sanftes Herantasten, ein Nachdenken auf Zehenspitzen. Schreiben bedeutet für mich auch, Widersprüche freizulegen. Das Nebeneinander von Zärtlichkeit und Selbstzerstörung, Klarheit und Überforderung. Ich habe festgestellt, wie schonungslos eine solche Verletzlichkeit sein kann. Wenn ich Bücher anderer AutorInnen lese, entdecke ich immer wieder Beschreibungen, die genau die Aspekte einer Situation festhalten, die mir bisher entglitten sind. Ich erkenne etwas in den Worten wieder. Eigentlich gibt es für mich kaum etwas, das mich mehr begeistert, als festzustellen. Dieses Gefühl kenne ich, aber bisher habe ich es nicht so benennen können. Ich wünsche mir, dass es einer anderen Person mit meinen Gedichten und Texten vielleicht ähnlich geht, sie die Worte zum richtigen Zeitpunkt liest, sich darin erkennt.